Wer eine Taube macht, die Zeichen der Stunde kommen und die Sonne kommt vom Westen raus, Allah wird seine Taube annehmen. Wer nicht, ist vorbei. Wer die Benommenheit des Todes schon erlebt und er will Taube machen, ist es vorbei. Er hat gerade erkannt, dass er sterbt. Also sagt, komm, nützen wir noch die Situation aus. Vorbei. Deshalb, das Erste, was wir uns vorstellen müssen, dieser Moment, wenn wir da liegen, wenn wir da liegen, wo wir die Todeswaschung gemacht haben, hat er gesagt, viele von uns sollen sich diesen Anblick mal anschauen. Der Mensch, es kann dein Vater sein, es kann dein Bruder sein, es kann deine Mutter sein, es kann ein Bruder von dir sein. Er liegt gerade da. Er war gerade vielleicht mit dir unterwegs. Du hast gestern vielleicht mit ihm was gegessen. Er liegt gerade da auf dem Holz. Er kann nicht mal seine Aura bedecken. Subhanan wa laq. Komma, wir heute, wenn wir auf Toilette gehen wollen, du schließt die Tür zu und du achtest darauf, dass keiner von dir irgendwas mitkriegt. Eine Lärme von Allah, Subhanan wa ta'ala. Nein, du liegst jetzt auf dem Holz. Tod. Du kannst nichts tun. Nichts von abwenden. Und dann wirst du gewaschen. Im Leichentuch. Gewickelt. Subhanan wa laq. Du kannst auch nichts Stört machen. Macht mit mir so, schickt mich so. Nein, ist vorbei. Diese Menschen entscheiden jetzt über dich. Wohin und was und wie. Und guck mal, dieser Mensch, der gerade gestorben ist, sagt Allah, Subhanan wa ta'ala zu ihm. Zagt Allah, Subhanan wa ta'ala, der Al-Maschide, der überleben und tot ist der Bichtint. Sagt Allah, Subhanan wa ta'ala, was meinst du, wenn wir sie über Jahre hinweg genießen lassen? Ja, aber genießen. Und dann kommt der Moment an, wo sie sterben. Was hat ihnen das ausgenutzt, was die Genossen haben? Und in Surat Al-Maschide, sagt Allah, Subhanan wa ta'ala, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَسَتَحْنَا عَلَيْهِ بَأْبُواً بَكُلِّ شَيْءٍ Als sie vergessen haben, woran sie denken sollten, haben bei ihnen die Türen zu allem geführt. Viele denken, das ist ein Segen, Allah liebt mich, weil Geld und Kraft und Gesundheit und der Nachbar, der hat nur Katastrophen. Er denkt, das ist ein Segen von Allah, Subhanan wa ta'ala. النَمَسْتِدْعَجْ Allah, Subhanan wa ta'ala, lässt dich, damit er, wenn er dich hat, lässt er dich nicht mehr los. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِ شَيْءٍ حَتَّ إِذَا فَرِقْتُ بِمَا عُوْتُ أَحَنَا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ Subhanan Allah, bis sie genossen haben, was wir ihnen gegeben haben, haben wir sie genommen. Haben wir sie genommen. Deshalb, stell dir das vor, dass du irgendwann auf diesem Holz liegen wirst und irgendjemand kommt und wirst dich. Und dann wirst du getragen auf die Schulter. Wohin? In einem Loch. Und du warst der Vater und du warst derjenige, der großzügig war und du hast gebaut und hast gemacht. Nein, sie werden dich in einem Loch in der Erde begraben. Keiner wird sagen, wir bauen ihnen ein Zimmer in unserer Wohnung. Nein, nein, du, irgendwo weit weg. Und sie weinen um dich. Ja, sie werden weinen um dich. Das Letzte, was du hörst von dieser Dunja, sind die Stritte der Menschen, die dich begraben haben. Das ist das Letzte von dieser Dunja. Dann gibt es eine Band zwischen dir und dieser Dunja. Vorbei. Und der Ressus hat gesagt, in dem Moment, wenn der Mensch begraben wird, bleibt 15 Minuten. Bittet Allah für ihn um Standhaftigkeit. Er wird gerade gefragt. Stell dir mal vor, du bist alleine in deinem Grab. Aber niemand kann dir helfen. Du kannst nicht rufen, Baba, Mama, Großmutter. Niemand kann dir helfen. Du liebst da. Und du wirst gefragt, wer ist dein Gott? Was ist deine Religion? Wer ist dein Prophet? Und viele Leute sind sehr überheblich. Sie sagen, ist das ein Problem zu sagen, Allah ist mein Gott? Ist das ein Problem zu sagen, der Islam ist meine Religion? Ist das ein Problem zu sagen, Mohammed ist mein Prophet? Ist das ein Problem? Es gibt Leute, die werden das gar nicht aussprechen können. Gar nicht. Gar nicht. Und dann wirst du da begraben. Wenn das gute Taten sind, kommt eine Stimme zu dir und sagt, wir sind deine gute Taten. Wir werden mit dir bleiben. Das ist Yomel-Kiyama. Ein guter Duft verbreitet sich in deinem Grab. Ein Lächeln zeichnet sich auf deinem Gesicht. Oder umgekehrt kommen die Taten und sagen, wir sind deine schlechte Taten. Bis Yomel-Kiyama werden mit dir bleiben. Bis du rauskommst aus deinem Grab. Und dann, dein Gesicht wird finster. Ein schlechter Geruch verbreitet sich in dem Grab. Hier sitzen, eine Frage. Wie viele von euch haben einmal erlebt, wie ein Mensch begraben wird? Wie viele? Ein, zwei. Wer will er weg, Gott? Aber das ist unser Problem, dass wenn jemand stirbt, direkt und weg. Warum? Weil die Ägden einen Hadith nennen, den es gar nicht gibt. Ikramul Bayeti dachten. Ah, um den Taten zu ehren, solltest du ihn so schnell wie möglich... Nein, nein. Warum sagen wir nicht die Jugendlichen? Wallahi, Sheikh Mohammed Hassin Yaqub, jazallah. Wenn Leute sterben. Er ruft so viele junge Leute. So viele Leute wie ihr. Er ruft sie zusammen und zeigt ihnen, wo sie am Ende landen werden. Wenn du das siehst, verändert sich dein Leben. Du siehst, was das bedeutet, zu sterben. Und dann, in dem Moment, wirst du gefragt, wer dein Gott wäre. Derjenige, der gottesbrustig war, er antwortet, kein Problem, Allah ist mein Gott. Warum? Weil er auf dieser Dunja, egal was gekommen ist, sein Chef, seine Arbeit, seine Frau, sein Kind, er wusste, Allah ist mein Gott. Und danach hat er gelebt. Ein anderer, der wackelig auf den Beinen ist, die Rengel fragen ihn noch einmal, mit lauter Stimme, wer ist dein Gott? Hä? Wieso fragen sie noch einmal? Kann es sein, dass ich gerade falsch geantwortet habe? Subhanallah. Guck mal, lernen diese Zweifel zeigen, dass dieser Mensch auf dieser Erde zweifelhaft war. Sie schreien ihn an und er weiß schon gar nicht mehr. Aber ein Muhammad, der nach la illa illallah gelebt hat, du kannst ihn sogar zerschneiden und er wird dir sagen, Allah ist mein Gott. Er weiß das. So habe ich das gelernt, so habe ich danach gelebt und als ich gestorben habe, wusste ich, dass ich zurück zu Allah gehe. Und dann, in dieser Zeit im Grab, Rasul salallahu alaihi wa sallam berichtet darüber, entweder kann dein Grab eine Stätte von Gutem sein oder eine Stätte von Feuer. Wallahi rafim, Gelerte, von denen ich denke, dass sie niemals lügen werden, haben erzählt, wir haben einen jungen Mann begraben. Als wir da auf dem Boden gestanden haben, der Boden hat gekocht. Der Boden, als wir da drauf gestanden haben, hat gekocht. Hat gekocht, der Boden. Subhanallah. Und ein anderer hat erzählt, ein Gelehrter, der selber jemanden begraben hat und da hat er danach geschworen, er will niemanden begraben, hat er gesagt, als wir den jungen Mann in seinen Grab reingetan haben, haben wir gehört, wie seine Knochen zerbrechen. Wir haben gehört, wie seine Knochen zerbrechen. Und das sind Gelehrte, die wirklich nicht nübeln, die sagen die Wahrheit. Und es gibt ein Video von Nabil al-Aordi, haben die erzählt, ein Video, damit du es siehst, die haben einen jungen Mann, gerade mal vielleicht 25 Jahre alt, haben den im Grab gelegt und da war irgendwie ein Fehler, dann haben sie den wieder ausgeholt. Sein Gesicht, Wallahi, wenn du das Bild siehst, du wirst nicht mehr schlafen. Es waren gerade ein paar Minuten, die haben den gerade gewaschen, alles war in Ordnung, sie haben den da gelegt, ein paar Minuten später haben sie den rausgeholt, sein Gesicht war zerquächt. Subhanallah. Also, dein Grab kann eine Stätte, wo du Gutes erlebst, oder es kann was Schlimmes sein. Es kann was Schlimmes nicht treffen. Möge Allah's bewaren. Und dann, Yawm al-Qiyama fängt eigentlich damit, mit Fatayyub al-Sukhuf. Fatayyub al-Sukhuf, die Bücher und so, die fangen an zu kriegen durch die Gegend. Und jeder kriegt sein Heft in seiner Hand. Entweder ist das in seiner Hand, oder entweder mit der Rechten oder mit der Linken, wie der Koran berichtet. Und viele werden versuchen, vielleicht die Hand zu verstecken und die Rechte zu strecken, und er wird sie finden in seiner Linken. Er wird sie finden in seiner Linken. Weil, du kannst mich vielleicht täuschen, vielleicht kannst du, aber du kannst Allah nicht täuschen. Du kannst Allah nicht täuschen. Subhanallah. Und dann kommen die Leute aus ihren Gräbern, da wollen wir anfangen. Und achte darauf, in dieser Zeit kommen Kinder raus, Babys, vielleicht einer, der ist gerade mal drei Monate gewesen, als er auf dieser Erde gekommen ist, und dann ist er gestorben.